Heute ist Tag der Gewinnmitnahme in den Indizes und in diversen Einzelwerten dazu. Die USA feiern ja heute ihren Präsidenten, deshalb machen wir eine große Tour durch die übrige Welt. Wir schauen uns Brasilien, Argentinien, Asien an und da gibt es auch ganz spannende ETFs, aber auch Einzelwerte. Die wir analysieren und wie gesagt, wir nehmen heute ein paar Gewinne vom Tisch, Risiko vom Tisch und das alles jetzt. Herzlich Willkommen zu Wall Street Online TV, dem Wochenausblick. Mein Name ist Stefan Klotter, Chefredakteur von Fastbreak, einem Börsendienst, der auf technischer Analyse beruht. Ja, die USA feiern heute Geburtstag ihres Präsidenten, deshalb wird heute nicht gehandelt für uns Gelegenheit, mal abseits der USA etwas zu schauen, ob sich da ein paar günstige Investitionsgelegenheiten ergeben. Und dann, ich habe es angekündigt, Tag der Gewinnmitnahme. Und da haben wir jetzt natürlich einen Vorteil gegenüber den Amerikanern. Wir können heute gut handeln. Die Großbanken natürlich in den USA auch, die nutzen sämtliche Börsenplätze, aber der Privatanleger, der muss noch zuschauen, während wir aktiv werden können. Tag der Gewinnmitnahme, warum? Heiß gelauschen das Ganze. Und Nvidia wirbt ja die Schatten im Grunde genommen voraus. Da ist Mittwoch, Quartalszahlen, Ergebnisbericht. Wir werden live 21.45 Uhr in der Late-Night-Börsen-Lounge darüber berichten. Markus Weinkrann und ich sind da wieder für Sie am Start. Und ich bin ja Freitag bereits in unserer gemeinsamen Sendung Short auf Supermicrocomputer gegangen. 14.30 Uhr, die hat es bis dato schon um 20% zerbröselt. Das heißt, der Trade ist schon mal gut aufgegangen. Aber gehen wir zuerst mal zu den großen Indizes und starten mit dem DAX. Und ja, warum Gewinnmitnahme? Punkt 1, bitte wer Index Trader ist, die 17.000, diese Marke, da haben wir ja letzte Woche unseren Stopp nachgezogen und gesetzt. Ich werde da raus, wenn diese Hürde fällt, einfach aufgrund des RSI. Und man kann für die, die es interessiert, diese ganzen Formationen, Muster, Trendlinien, die kann man nicht nur in den Indizes oder in den Einzelwerten einzeichnen und sehen. Das funktioniert auch mit den Indikatoren. Und da haben wir diese Dreieckskonstellation im RSI. Wir haben also hier Abwärtstrend, Aufwärtstrend, letztes Drittel, drittes Viertel. Da in der Regel erfolgt ein Ausbruch, sowohl in einem Chart als auch dann in den Indikatoren. Und das sieht eher abwärtsgerichtet aus. Jetzt kann man natürlich sagen, Klotter, natürlich ist ein RSI irgendwann mal abwärtsgerichtet, da wir ja Überkaufsituationen über 70 haben. Und dann muss es ja folgerichtig mal wieder runtergehen. Eben das ist vollkommen korrekt. Und diese Pendelbewegung, wir sehen es hier mal im Großen auch, aufgerissen, diese Pendelbewegung von 70 runter zu 30, also zu Überverkaufsituationen und in der Regel geht es dann wieder in der Gegenbewegung aufwärts Richtung 70. Diese Bewegung machen sich zum Beispiel Swing Trader zunutze. Die handeln immer diese Pendelbewegung ständig rauf und runter und erzielen da eigentlich gute Erfolge damit. Das heißt, what goes up must come down. Und das steht für diese Woche zumindest beim DAX an. Und steht auch, da gehen wir gleich eins weiter, für den S&P 500. Und ich sage es wohlgemerkt nochmal für diese Woche, das ist jetzt keine mehrwöchige monatliche Langfristbetrachtung, aber diese Woche sehe ich die Indizes eher im roten Bereich. Darum kann man gerne noch heute Gewinne mitnehmen. Auch da S&P 500, wir sehen, wir laufen in diese Konstellation hinein, dieser Dreiecksformation. Und es ist sehr gut möglich, dass wir da dann entsprechend nach unten ausbrechen. Warum S&P Short für diese Woche? Ja, ich habe es eingangs erwähnt. Nvidia wirft die Schatten voraus. Und Supermicrocomputer Freitag hatten wir einen RSI von rund 90. Und dieser Wert, der wurde im Grunde genommen nur von einem einzigen anderen Wert in der Historie erreicht. Und das war GameStop. Und wir wissen alle, was mit GameStop passiert ist in der Folge. Und entsprechend bin ich ja auch dann Freitag live short gegangen. Und ich halte, RSI ist jetzt wieder zurückgekommen, können wir mal schauen, bei Supermicrocomputer. Es hat also tatsächlich einen starken Drawdown von 20% gegeben. Und entsprechend ging es dann auch wieder bergab. Ab jetzt sind wir einigermaßen in einer Zone angelangt, die wir als vernünftig bezeichnen können. Nichtsdestotrotz ist da auch noch eine Abnahme, eine Pullback-Gefahr gegeben. Da kann es noch wesentlich weiter runtergehen. Zu Nvidia, auch hier Aufwärtstrend, noch intakt, sowohl im Chart im Einzelwert, als auch im Indikator. Dennoch leichte Rounding-Top-Formation im RSI. Das heißt, hier kann, und jetzt sprechen wir vom RSI wohlgemerkt, hier kann der RSI runterlaufen bis 55, ohne dass ein Aufwärtstrend in Gefahr wäre. Und ein Runterlaufen von dieser stark überkauften Situation hin zu 55, würde ich sagen, ins Neutrale, würde auch bei Nvidia bedeuten, dass wir hier einen Pullback, ein hier schon angedeutet, ein kleines Rounding-Top sehen und das Rückgänge bis rund 620 US-Dollar geben kann nach Zahlen. Deshalb bin ich für diese Woche sehr vorsichtig und würde sagen, wer ruhig schlafen will, nimmt die Gewinne in den Tech-Werten mit. Der nimmt auch die Gewinne mit in den Small-Cap-Tech-Werten. Wir haben da im Dienst und ich privat auch zum Beispiel letzte Woche dann Carvana mitgenommen. Da waren wir drin investiert, sehr volatiler Flummi, sage ich immer. Also da gehen wir aktuell raus, da nimmt man die Gewinne mit und man kann ja, wenn einem so ein Wert dann wirklich gefällt und zusagt, wie eine Nvidia zum späteren Zeitpunkt immer noch einsteigen. Das ist eine Möglichkeit und ich sage immer, erst wenn das Geld auf dem Konto ist, dann ist es auch sicher. Und deshalb heute Tag der Gewinnmitnahme. Ich habe es erwähnt, die USA handelt nicht deshalb eine Tour durch die Welt ohne US-Werte, ohne US-Indizes, sondern einfach mal schauen, andere Mütter haben ja auch noch schöne Töchter, wie sieht es aus in den Emerging Markets, wie sieht es aus in Europa und damit starten wir auch unsere Tour und zwar mit UK. UK befindet sich in einer Rezession und Länder, die sich in einer Rezession befinden, da geht dann die Tendenz hin zu Risk-Off und weg zu Risk-On. Und da habe ich einen spannenden Wert mitgebracht, habe ich auch privat schon gehalten, hatten wir auch schon im Dienst für UK und das ist Cranswick. Cranswick, ja, Fleisch und Wurst waren nach dem Motto gegessen, getrunken, wird auch in rezessiven Phasen immer. Und entsprechend betrachtet man sich den Chart, so sieht es da sehr, sehr gut aus. Natürlich, das sind keine solch explosiven Werte, wie man sie bei den Growern kennt, diese Consumer-Stable-Geschichten. Die bauen sich langsam auf, nach einem Ausbruch, haben die eine gewisse Zeit wieder zur Konsolidierung, aber dafür sind sie auch relativ zuverlässiger. Gerade Cranswick an einer schönen Marke zurückgekommen bei 3,930, da bitte beobachten, hält diese Marke, haben wir dann wieder Aufwärtspotenzial bis, ja, rund 4,2. Bei, ansonsten wird die Unterschritten noch nicht einsteigen, nächste Zone dann bei 3,750. Wenn ich UK sage, meine ich natürlich wirklich auch die Unternehmen, die in UK nicht nur ansässig sind, sondern da auch ihr Geschäft tätigen. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht zum Beispiel von einer Clancor oder einer Fresnio, die einfach da an der London Stock Exchange Earthenplatz gelistet sind oder da einen Sitz aus steuerlichen Gründen haben, sondern wir sprechen jetzt von Unternehmen, die wirklich auch ein Geschäftsmodell in UK betreiben und das macht Cranswick zum Beispiel mit den Fleischwurstwaren, mit Sandwiches, die da auch hergestellt werden und vertrieben werden. Zweiter interessanter Wert, den haben wir auch bei Fastbreak gecovert seit September, das ist Currys Elektronikkette, ähnlich wie bei uns Mediamarkt. Und die hatten ja vor geraumer Zeit eine Kooperation mit JD.com bekannt gegeben, dass sie diese chinesische Marke entsprechend listen. Und ja, scheint so gut gelaufen zu sein, dass JD.com jetzt gesagt hat, wir überlegen Currys komplett zu übernehmen und ja, der Wert explodiert heute mit aktuell 34,6%. Auch da, warum sind wir im September eingestiegen bei diesem Wert, Bodenbildung, wir kommen von über 81% und da wieder das Thema, wie erkenne ich Turnaround-Kandidaten, gibt es ja einige Indikatoren, eins davon ist 50% unter 52 Wochen. Da bildet sich in der Regel ein Boden und da bieten sich dann in der Regel, so diese Bodenbildung bestätigt, ist eine günstige Einstiegsgelegenheit. Das heißt, wir kamen hier von fast 83, das entspricht dann ungefähr 41,5% und ja, in dem Bereich sind wir dann damals auch aufgeschlagen, für Fastbreak da grund einzusteigen, weil jede Menge Aufwärtspotenzial, Bodenbildung vorhanden. Und selbst wenn der Trade an dieser Unterstützung eingegangen nicht aufgeht, Chance-Risiko-Verhältnis ist relativ gut. Es hat sich dann im Laufe der Zeit auch wieder hier diese Dreiecksformation ausgebildet. Sie sehen sehr schön, nicht nur im Chart des Einzelwertes, sondern auch im Chart des Indikators. Das ist ja dann auch immer wichtig zu betrachten. Und entsprechend letztes Drittel, drittes Viertel in so einer Dreieckskonstellation ist der Ausbrucherfolg sowohl im Indikator als auch im Einzelwert über 33% aktuell. Und bin ich ganz ehrlich, ich hätte nicht mit so einer Vehemenz des Ausbruchs gerechnet, freut mich, aber natürlich trotzdem. Wie geht man dann weiter vor, wenn man so einen Ausbruch hat? Da nimmt man sich dann die nächste neuralgische Marke. Hier, Sie kennen mein Credo Gewinnmitnahmen, wenn ich schon mal um diese 33% jetzt nach oben ausgebrochen bin. Dann habe ich hier diesen Widerstand. Vom März 2023 bis Mai 2023 hat sich der mal ausgebildet gehabt. Und nach dem Gesetz vom Wechsel des Widerstands und der Unterstützung sollte diese Marke jetzt unterstützend wirken. Sprich, wir setzen hier bei 59,40 unseren Gewinnmitnahme-Stop. Das heißt, 20% haben wir aktuell schon sicher. Für diejenigen, die einsteigen wollen in diesen Wert, da ist ja noch Luft nach oben. Die warten einfach den Pullback ab bis auf diese Marke. Weil in der Regel nach so einem Ausbruch mit so einer Fahnenstange kommt dann auch eine konsolidierende, eine korrigierende Formation in Form eines Wimpels, in Form einer Flacke, die sich dann wieder runter bis zu diesen 59,40 erstrecken kann. Soviel zum Thema UK und nächster Zielort unserer Tour durch die Welt ist Südamerika, Lateinamerika. Wir gehen nach Argentinien. Milay räumt da auf nach der Wahl, nach seiner Wahl zum Präsidenten. Und da wohl einen ganz, ganz guten Job. Und entsprechend lohnt es sich da mal nach Argentinien zu schauen. Ich habe da einen speziellen Wert für Sie rausgesucht, der auch charttechnisch sehr interessant ist und wo noch ein Einstieg möglich ist. Und das handelt sich um, ich sage jetzt einfach mal YPF. Ich habe es mir aber natürlich notiert. Wir sprechen hier von Yassimientos Petroliveros Piscales. Sie merken, ich kann kein Spanisch. Und Ölgesellschaft in staatlicher Hand zu 51 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Und mit dieser Konstellation Milay ist das ein interessantes Investment. Der Wert hatte hier eine Bodenbildung. Juli 22, Nackenlinie, dann überschritten. Da war es schon interessant, der Einstieg. Und seitdem Ausbruch, großer Ausbruch. Hier, das sind immer diese korrigierenden Flacken, diese Pullbacks. Wieder Ausbruch, aktuell diese Rechteckformation. Dieses, die leichte Seitwärtsbewegung nach so einem Ausbruch. Und es steht an, die Fortsetzung bis weiter. Weiter, dieser Widerstand hier, der muss überwunden werden bei 18,73. Dann ist da noch jede Menge Potenzial. Und wie viel, das kann man sehen, wenn man da mal etwas größer denkt und etwas größer schaut. Also da ist noch Aufwärtspotenzial vorhanden. Wir sind jetzt rund bei diesen 18,73. Wir waren mal bei 67 US-Dollar. Also da gibt es noch gute Möglichkeiten. Wohlgemerkt, erst müssen diese 18,73 überwunden werden. Aber dann Einstieg. Nächster Wert, da gehen wir nach Brasilien. In die Stahlbranche, Usiminas, hatten wir gecovert bei Fastback auf unserer Watchliste. Schöner Ausbruch, Widerstand bei 9,18. Einmal abgeprallt, sich wieder gefangen. Und aktuell, Widerstand wurde überwunden bei 9,20. Es geht aufwärts. Da gibt es noch Einstiegsmöglichkeiten. Gerdau, gleiche Branche. Die hat es eher etwas nach unten zergrößelt. Sind aber gerade dabei, eine Bodenbildung bei 4,22 US-Dollar hinzukriegen. Also der Titel ist noch nicht so weggerannt wie den, den wir gerade gesehen haben. Also da gibt es noch Möglichkeiten, von unten entsprechend einzusteigen. Und eine Strecke nach oben mitzunehmen. Hier wäre dann Fursziel. Ich habe jetzt mal Wochenchart aufgemacht bei 6,26. Soviel zu Südamerika. Und weiter geht es auf der Tour. Und jetzt gehen wir nach Asien. Und wir beginnen mit Indien. Da spannender Wert. Indien tatsächlich stark hinkommen. Reizt mich persönlich auch sehr im Merchant Market. Die Analysten sind sich da ja nie so richtig einig. Wo findet der nächste Schub statt? Indien oder eben Brasilien, Argentinien. Das sind die zwei Möglichkeiten aktuell in Merchant Markets. Und jetzt haben wir die Südamerikaner gesehen. Jetzt schauen wir uns einen Wert in Indien an. Den hatte ich auch privat. Den hatten wir auch im Dienst. Trade ist geschlossen, ist positiv abgeschlossen. Nichtsdestotrotz sollte dieser Wert immer auch auf die Watchlist eines Anlegers, der auch mal abseits der US-Werte und der europäischen Werte nach Investitionsmöglichkeiten sucht. Und es handelt sich da um Larsen-Topo-Mischkonzern. Ursprünglich, die Gründer waren, glaube ich, Dänen, die dann im Zuge der britischen Kolonialisierung von Indien, also da mit rübergekommen sind und da im Maschinenbau angefangen haben. Und so nach und nach hat sich da dann ein großer Mischkonzern entwickelt, der sehr erfolgreich agiert und charttechnisch lange, lange Zeit diesen Aufwärtstrendkanal ausgebildet hatte. Jetzt Vorsicht, wir sind da runtergefallen, sind aber dabei jetzt hier bei 3283 wieder einen schönen Boden zu finden. Geht der wieder in den Aufwärtstrendkanal hinein, Möglichkeit zum Einstieg. Vorher noch nicht, vorher abwarten. Sehr oft ist es so, dass, wenn man so eine lange Strecke hatte, aufwärts in so einem Kanal und wir fallen dann raus, dass wir erstmal noch eine Seitwärtsbewegung kriegen. Aber das Schöne daran ist ja, Sie müssen jetzt nicht hier oben einsteigen, sondern Sie haben dann die Möglichkeit, wenn wir hier seitwärts einen Boden ausbilden, dass wir da weiter unten noch rein können. Dann, Sie wissen es, mein Teil, Baustein der Trading Strategie 2024, Long China und natürlich sagen wir Asien, müssen wir auch mal nach China reinschauen, Hang Seng Index, noch immer hält die Mutter aller Aufwärtstrendlinien von 89. Im Hang Seng, das heißt, die Strategie Long China 2024 hat weiterhin Bestand, solange der Hang Seng Index die Linie verteidigt, solange sind wir Bullish und Long auf China. Einzelwerte, wir sind bereits in Alibaba investiert, da sind wir entsprechend eingestiegen und als nächstes steht an, noch auf der Watchlist, aber lohnt es sich wirklich reinzuschauen, JD.com, wir hatten es bei Currys vorhin schon mal erwähnt, Bodenbildung, bei 21,12 Nackenlinie, Sie sehen hier, das war mal Unterstützung, wird dann zum Widerstand, wenn diese Nackenlinie bei 24,25 überwunden wird und das ist aktuell der Fall, dann haben wir hier ein Potenzial im ersten Step bis rund 28 US-Dollar, also da bietet sich demnächst in Kürze ein schöner Einstieg an. Auch der MACD, blaue Linie, hat die rote von unten nach oben durchschritten, zeigt da eine Kaufgelegenheit in Kürze an. Aber Asien ist ja nicht gleich bedeutend mit China, da gibt es ja auch noch was drumherum, zum Beispiel Südkorea, auch da ein interessanter Wert, auch Online-Plattform, ähnlich wie bei JD.com auch, da sprechen wir von Coupang. Und noch regiert der Abwärtstrend. Bitte da vorsichtig sein, aber sich einfach mal so eine Marke bei rund 16 US-Dollar einprägen, Wert auf die Watchlist legen bei 16, ja sagen wir 16,20, wenn dieser Abwärtstrend dann überwunden ist, dann bitte Einstieg überlegen. Das ist also ein Watchlist-Wert, der aber schönes Potenzial hat, ist Abwärtstrend überwunden, dann haben wir wieder Möglichkeiten bis rund 20 US-Dollar und das wären dann rund 4 Dollar pro Aktie. Last but not least, ein ETF, der mir sehr herzlich, den ich sehr, sehr spannend finde und der charttechnisch gerade einen richtig guten Einstiegspot bietet, und das ist Malaysia. Und es handelt sich hier um X-Trackers MSCI Malaysia ETF. Wir haben hier ein sogenanntes aufsteigendes Dreieck. Der Kurs prallt für eine gewisse Zeit an diesem Widerstand bei 294 ab, aber in immer kürzeren Abständen von dieser Aufwärtstrendlinie, sprich die Käufe setzen immer früher ein, bis dann so ein Widerstand, letztes Drittel, drittes Viertel überwunden wird, da erfolgt dann der Ausbruch. Jetzt gut möglich, dass wir nochmal ein Pullback sehen auf die 294. Und dann sollte dieser Widerstand als Unterstützung fungieren. Und da hätten wir bei diesem ETF dann eine sehr schöne Einstiegsgelegenheit, um diese Region, um Malaysia, die Merchant Market natürlich wohlgemerkt, zu covern und da dann einzusteigen. Und ich glaube, es ist generell keine schlechte Idee, aktuell da mal so etwas abseits zu schauen. Wir sehen ja UK-Rezession, China, die kämpfen gerade gegen die Deflation an und bilden aber so jetzt wieder einen Schub. Also arbeiten sich daraus, Europa, Deutschland steht so etwas noch vor und auch den USA, wo möglich, dass wir da in solche rezessiven Phasen einsteigen, dass wir Deutschland höchstwahrscheinlich keine Deflation bekämpfen, sondern demnächst dann eine Stagflation, so wie es mit der Wirtschaft aussieht. Und ja, gute Gelegenheit mal Horizont zu öffnen, Blick zu erweitern, auch in andere Regionen zu schauen, wo es noch was zu holen gibt. So, das war's für diese Woche. Wenn Sie übrigens mal solche aufsteigenden Dreiecke, Rounding-Tops, Schulterkopf, Schulter und sonstige Formationen kennenlernen wollen, auch mal etwas über die Hintergründe der charttechnischen Analyse erfahren wollen. Also viele sagen ja, Kaffeesatz, Leserei, Knochenwerfen, nee, es ist ein eigenes, in sich geschlossenes, wissenschaftliches System, begründet übrigens durch Charles Dow, ja, das ist der, der auch den Dow Jones Index erfunden hat. Der war Herausgeber von Wall Street Journal, der hat wissenschaftlich gearbeitet, also hat er gewisse Gesetzmäßigkeiten damals erkannt. So eine Trendlinie ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, das folgt physikanischen Gesetzen, die Dow damals herangezogen hat, mutischen Gesetzen. Also da gibt es einen Workshop von mir, den können Sie sich kostenlos downloaden, da wird das auch Ganze erklärt, die Formation, sowie mal den Hintergrund, warum und weshalb dieses System so aufgebaut ist, wie es ist, und dass es eben nichts mit Kaffeesatzlesen zu tun hat. Und nicht vergessen, Mittwoch, 21.45 Uhr, wir schauen live auf die Nvidia-Zahl. Und würde mich freuen, wenn alle dabei sind, würde mich jetzt auch freuen, über ein Like, einen Daumen hoch oder ein Abo des Kanals. Und ja, bis nächste Woche. Danke.